Viele Vorschläge, viele Fragen, aber noch keine Lösung etwa zur Finanzierung, auch noch keine Lösung zum Thema Gasumlage oder Gaspreisbremse. Sollte, könnte ja, müsste vielleicht diese Woche auch noch kommen. Im Zentrum der Kritik steht da Wirtschaftsminister Habeck und was die Grünen insgesamt dazu sagen, erfahren wir jetzt in Berlin bei Michael Strempel. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen und herzlich willkommen, Ricarda Lang, Co-Vorsitzende der Grünen. Frau Lang, Robert Habeck wird gerade enorm geprügelt, entweder weil seine Ideen scheitern, wie bei der Gaspreisbremse oder weil er nicht schnell genug neue bringt. Jetzt kommt Niedersachsen, Ministerpräsident Wall, wir haben gerade gehört, mit einer neuen Idee und sagt, machen wir halbe halbe bei den Steigerungen. Ist das was, wo Sie sagen, könnte klappen? Das Problem bei dem Vorschlag ist ja, dass wenn wir sagen, wir machen halbe halbe, egal bei wie viel Gas verbraucht wird, dass es dazu führt, dass es überhaupt keine Ziele mehr gibt, weniger Gas zu verbrauchen. Das fände ich in einer Zeit, wo es unser Ziel ist, wegzukommen von russischem Gas, von Putins Gas, ein falsches Signal. Was ich richtig finde, ist ein Gaspreisdeckel für den Grundbedarf. Das heißt, wir legen einen Grundbedarf fest. In diesem Bereich werden dann die Preise gedeckelt. Darüber wird der normale Marktpreis gezahlt. So können sich Bürgerinnen und Bürger und auch Unternehmen darauf verlassen, dass sie bei der Grundversorgung geschützt sind. Also das würde Ihrer Meinung nach auch für Unternehmen, weil die haben ja einen enormen Gasbedarf, bei normalen Haushalten ist das leicht zu berechnen, aber bei Unternehmen ist da der Grundbedarf, vernünftig zu berechnen? Aus meiner Sicht müssen wir jetzt auch Unternehmen in den Blick nehmen, und zwar gerade die vielen mittleren, die vielen kleineren Unternehmen, die sonst drohen, in diesem Hinter auf der Strecke zu bleiben. Das heißt, wir brauchen einen Gaspreisdeckel. Klar ist aber auch, wir können nicht bis dahin warten, sondern es braucht jetzt einen Rettungsschirm, vor allem für mittelständische Unternehmen, vor allem für kleine Unternehmen, der denen unter die Arme greift. Und dafür muss die Finanzierung stehen. Und da ist für mich klar, jetzt muss Geld in die Hand genommen werden. Es geht darum, den wirtschaftlichen Kern dieses Landes zu verteidigen. So, da haben Sie noch eine Menge Debatten mit dem Finanzminister. Der hat schon gesagt, ja, in irgendeiner Form Gaspreisdeckel, aber die Schuldenbremse, die rühre ich nicht an für nächstes Jahr. So, wenn Sie die Koalition nicht auseinanderfliegen lassen wollen, brauchen Sie eine andere Idee. Ein neues Sondervermögen? Ist sowas denn ein Weg? Ich bin für verschiedene Wege offen, aber ich glaube, wir müssen Sie einmal fragen, worum geht es eigentlich bei dieser Frage. Und das ist, nimmt man in Zeiten der Inflation eine massive Rezession in Kauf, weil man spart. Und das fände ich falsch, vor allem ökonomisch falsch, denn es würde tatsächlich den wirtschaftlichen Kern dieses Landes gefährden. Und da bin ich sehr klar, wenn die Schuldenbremse zur Gefahr für unsere Wirtschaftskraft wird, wenn sie insbesondere zur Bremse für viele kleine und mittlere Unternehmen wird, dann muss sie auch 2023 ausgesetzt werden. Aber Sie haben Spannungen in der Ampel, wo man sich ernstlich fragt, wollen Sie wirklich noch zusammen weitermachen, wenn man bei so grundlegenden Fragen nicht hinkommt? Natürlich wollen wir zusammen weitermachen und wir werden das auch hinbekommen. Die Verstaatlichung von Uniper in der letzten Woche hat uns nochmal für die Herausforderung gestellt, dass sich die Bedingungen geändert haben. Jetzt muss man auf diese veränderten Bedingungen reagieren. Das werden wir gemeinsam hinbekommen in dem Gesamtkonzept der Ampel. Was für mich aus meiner Sicht drin sein muss, ist erstens eine Alternative zum Gasumlage, zur Stabilisierung der Gasunternehmen, zweitens ein Rettungsschimpfunternehmen und drittens ein Gaspreisdeckel und das muss jetzt finanziert werden. Da bin ich gespannt auf die Vorschläge des Finanzministers und auch auf die Positionierung des Kanzlers. Der Finanzminister wiederum erwartet von Ihnen, dass Sie sich bewegen in Sachen Atomkraft. Und da hat der Wirtschaftsminister gestern schon einen Schritt gemacht. Er hat gesagt, sehr wahrscheinlich werden zwei Atomkraftwerke am Netz bleiben. Aber was soll dieser Eiertanz? Warum sagt man den Leuten, Wahl in Niedersachsen hin oder her nicht klar, die brauchen wir, auch wenn wir Grüne ursprünglich was anderes wollten, die lassen wir am Netz. Punkt. Bei mir hat der Faktenentscheidung danach, ob wir sie tatsächlich brauchen. Und da war die Einsatzreserve ja von Anfang an eine Abwägung. Zu sagen, wir schaffen die Vorbereitung dafür, dass wenn wir sie brauchen, um die Netzstabilität zu sichern, wir sie auch nutzen werden. Und auf der anderen Seite, dass wir eine Hochrisikotechnologie dann nicht verwenden, wenn es nicht notwendig ist. Und damit ist jetzt der Weg auch eingeleitet für die Einsatzreserve. Ich bin froh, dass wir Schritte vorangekommen sind, dass dafür jetzt alles bereitsteht. Natürlich sehen wir gerade, dass sich die Situation in Frankreich noch mal massiv verschärft hat, was dort die Atomkraftwerke angeht. Also Sie rechnen auch mit dem längeren Betrieb im Moment? Wenn sich die Szenarien aus dem Stresstest erhärten, dann ist klar, dass wir dann auch die Einsatzreserve ziehen werden. Was man aber auch sieht in Frankreich, ist, dass die Atomkraft keine Zukunftstechnologie ist. Das heißt, ich glaube, das ist noch mal ein ganz klares Signal dafür. Neue Brennstäbe, Wiedereinstieg, das wäre der komplett falsche Weg. Gut, das ist eine klare Eingrenzung. Danke für die Erläuterung heute Morgen. Ricarda Lang, Grün-Co-Chefin. Und weiter geht's mit euch in Köln. Und weiter geht's mit euch.